Die Talos Principle Bei der 1 Und Da fehlt auch noch was Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in die 1 Gucken einfach mal Was wir hier noch machen können Das hier zum Beispiel Rückstoß Das hatten wir schon mal probiert gehabt, oder? So, es ist schon ewig her, als ich das letzte Mal The Talos Principle aufgenommen habe Und, ja Hm Die Frage ist halt jetzt, wie kommen wir Da hin Zuallererst müssen wir uns erstmal Hier Den Jammer nehmen Und dann Okay, das bringt nichts Schieb den nur weg Okay Hm Hm So, vielleicht Aber ich frage mich halt Was mir das dann bringt Na gut, ich kann das hier jetzt aufmachen dafür Das Hat mir jetzt aber auch nicht geholfen Ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Ich brauche auf jeden Fall einen Connector Anders komme ich hier nicht weiter Wo ist denn hier ein Connector Da ist ein Connector Da müssen wir uns den erstmal holen So Okay Dieses Ding da hinten gilt es dann auch auszuschalten Irgendwie wahrscheinlich, ne Kann man eigentlich auch Ventilatoren stören Das weiß ich gerade gar nicht Hm So Gut, dann schauen wir mal Hm So Dann können wir nämlich jetzt hier den Jammer mitnehmen Und ja tatsächlich Man kann auch Man kann auch Diese Teile stören Dann mache ich erst mal Das Andere Teil da hinten Ich möchte ganz gerne gucken Was da Ist Achso Aber hier komme ich nicht Achso Ah, ich verstehe Ich verstehe die Situation Ich verstehe sie So Alles klar Dann machen wir hier Hier und da wieder So Und hier müssen wir jetzt irgendwie Ein Block Ein Block Ein Block reinlegen Jetzt müssen wir den Connector aber für was anderes verwenden Dann machen wir einfach so Dann machen wir einfach so Können wir ja rein theoretisch einfach hingehen Und Und Den jetzt Hier holen Dadurch auch Das hier Ja Gut Freunde Noch ein paar Worte zu Ja Einer ganz neuen Sache Und zwar merkt ihr vielleicht Dass das Soundverhältnis Vielleicht ein bisschen anders ist Hm Ich habe mir Moment Ja ich habe mir ein neues Aufnahmeprogramm zugelegt Und zwar Action Weil Äh Flaps Ja Bei Dirt Rally Doch ab und zu abgekackt ist Habe ich mal Nach einem neuen Programm Ausschau gehalten Und alle sagen Dass das das Beste ist Und Ja Das kann ich auch bis jetzt so unterschreiben Äh Ja Man sieht jetzt auch Wie lange die Aufnahmen funktionieren Man sieht die Durchschnitts Ähm Ja Framerate Die ist aktuell bei 33 Man sieht Äh Die DirectX Version Oder OpenGL Oder ob das Aero ist Oder Äh Ja kann man jetzt alles sehen Also Hat ist ein bisschen besser Man kann mit dieser Mit diesem Aufnaheprogramm Livestream Ob ich das machen werde Hängt ganz davon ab Ob meine Internetleitung mitspielt Also Bock auf Livestream Hätte ich auf jeden Fall Aber ich weiß halt nicht Ob meine Internetleitung Da mitspielt Äh Ja Auf jeden Fall Für euch ist es immer noch 30 FPS Aber Ähm Ich habe Im Spiel glaube ich Mehr als 30 FPS Also es ist für mich persönlich Jetzt flüssiger Als mit Fraps Äh Ich könnte natürlich auch Versuchen mit 50 FPS Aufzunehmen Oder mit 60 Aber Ich weiß noch nicht Ich glaube dafür bräuchte ich Einen besseren PC Weil sonst fängt es nur an zu ruckeln Weil ich die 60 FPS Nicht immer schaffen werde So dann lesen wir erstmal Dieses Rätsel hat keine Lösung Ernsthaft Das ist totaler Unsinn Ist nicht mal den Versuch wert Wenn es dir nicht mehr wichtig ist Eine Lösung zu finden Wirst du frei sein Lass dich nicht von Samsara Entmutigen Es gibt eine Lösung Dein Geist darf nicht In Mustern gefangen bleiben Wenn du die Wahrheit Ohne Vorurteile verfolgst Wirst du sie auch finden The Shepard Alles klar So Gut Ich werde jetzt aber erstmal Ganz kurz Unterbrechen Für euch geht es Sofort weiter Ähm Also BG So Da bin ich auch wieder Und ja Da ist auf jeden Fall Das Teilchen Ich habe gerade einfach mal geguckt wie es mit der Aufnahme funktioniert Und da ist mir aufgefallen Dass Die Aufnahme Heller ist Als das Spiel In Wirklichkeit Und das heißt Rein theoretisch Dass ich die Filter Gar nicht mehr brauche Die ich immer drüber packe Die Helligkeitsfilter Äh Das muss ich dann Muss ich dann aber gucken Das ist Nicht eure Sorge Dann muss ich gucken Wie ich das jetzt mache So Auf jeden Fall Wir brauchen Den Connector Da hinten Wahrscheinlich Deswegen holen wir uns Den erstmal Und wir schauen Einfach mal Gut Machen wir es erstmal so So Wo geht es hier hin Hier geht es nur nach draußen Okay Äh So Und diese blaue Wo brauchen wir denn das blaue Das blaue brauchen wir doch da hinten Ne Hier brauchen wir das Jaja Müssen wir mal gucken Dass wir Das anders machen Da ist die blaue Quelle So okay Alles klar Dann Würde ich sagen Machen wir mal hier 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 Und da Ne Mist Das geht dann aber auch wieder nicht Moment Dann machen wir einfach mal so Denn Ich möchte ganz gerne Dass Das hier Eine Eine eigene Quelle ist Also dass Man das Ding hier nicht mehr braucht Denn Obwohl Wie machen wir das jetzt Tja Verdammt gute Frage Man könnte natürlich auch Ne Könnte man nicht Um Boah, das ist jetzt echt eine verdammt gute Frage, wie machen wir das jetzt? Äh, nein, eigentlich wollte ich das so nicht. Obwohl, dann machen wir nämlich hier einfach, hier haben wir ja noch einen. Wir brauchen das ja dann nicht mehr. Das Einzige, was wir brauchen, ist das hier für die Quelle. Ja, genau. Das heißt, wir könnten das da durchlegen. Denn das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja. Und so. Ja. Das war auch ganz in Ordnung. So, dann haben wir jetzt auch alle, oder? Äh, jo. Sieht so aus. Nur den Stern haben wir mal wieder nicht. Tja. So, hier haben wir alle. Äh, jo. Hier haben wir nichts. Hm. Ich entschuldige mich übrigens, falls irgendwas nicht ganz gut funktioniert hier. Weil, äh, ja, wie gesagt, ich befinde mich im Moment noch im Test mit meinem neuen Aufnahmeprogramm und da ist vielleicht noch nicht alles ganz rund. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Antworten, an die ich glaube, zu einfach sind. Wird es uns je möglich sein, die Kluft zwischen unseren Körpern und unserem Verstand zu verstehen? Wie viel von uns ist Natur? Und wie viel Erziehung? Wenn ich meine geistigen Fähigkeiten und mein Wissen in einer Maschine reproduziere, wäre diese Maschine dann ich? Wäre sie ein Mensch? Und was wäre mehr ernüchternd für mein Ego, wenn die Antwort ja wäre oder nein? Was ist, wenn ich zu viele Annahmen treffe? Aber ich habe nicht genug Zeit, mir über mein Ego Gedanken zu machen. Es gibt viel zu tun. Hm. Bibliothekssitzung lädt. Fertig. Lokale Datenträger eingebunden, 47 Millionen. Verteilte Ressourcen gefunden, Netzlaufwerke angeschlossen. Fehler, Netzwerk nicht verfügbar. So, okay, hier haben wir wieder ein paar Einträge. So wie jeder andere, auch diese letzten Tage, wollte ich nur Tschüss sagen und danke, dass ihr meinen Blog so viele Jahre lang gelesen habt. Es hat schon Spaß gemacht, oder? So viele ernsthafte Diskussionen, so viel Philosophie. Okay, okay, hauptsächlich waren es Katzenbilder und dumme Wortwitze, aber trotzdem. Irgendwie bereue ich es, so viel Zeit am Computer verbracht zu haben. Nicht die Zeit, in der ich tatsächlich was gemacht habe, sondern all das Rumsitzen, meine E-Mails eine Million Mal checken, nutzlose Updates von Menschen, die ich nicht mal leiden kann, zu lesen. Aber ich bereue nicht, dass ich so Freunde gefunden habe, oder so viel Spaß wir zusammen hatten. Oder wie viel Spaß wir zusammen hatten. Ihr seid allesamt gute Menschen und ich bin froh, euch zu kennen. Ein schönes Ende der Welt wünsche ich euch. Heuchlerei.html Arianas Blog Eintrag 477 Heilige Heuchlerei Batman Ich wusste schon immer, Gott lässt seine Sonne aufgehen, über die Bösen, über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Doppelpunkt 4,5 Aber ich muss zugeben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen die Worte kennen und die Worte verstehen, obwohl ich mir sicher bin, dass mein Glaube echt ist. Macht mich das doch nicht zu etwas Besonderem. Der beschützt mich vor Leiden. Ich bin nur ein Mensch, wie viele andere und Gott hat Milliarden von uns kommen und gehen sehen. Und ich muss sagen, es ist überraschend schwer, das zu akzeptieren. Ich habe immer gedacht, dass ich demütig bin. Aber nun wird mir klar, dass ich immer sehr stolz war, demütig zu sein, was wirklich bescheuert ist. Was wirklich bescheuert ist. Ich denke, ich bin nicht die Erste, die diesen Fehler begangen hat. Text Hashtag Bedauern Hashtag Stolz Hashtag Glauben Hashtag Heuchlerei Hashtag Entschuldigung Hashtag Batman Dritte Theorie.txt Befremdend bleibt es immer hierbei, Dass die älteren Generationen nur scheinen, um dir späteren Willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen könnten. Und dass doch nur die Spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren, zwar freiwillig ohne ihre Absicht, gearbeitet hatten. Okay. Allein so rätselhaft, wie dieses auch ist, so notwendig... Alter, die Übersetzung teilweise. So notwendig ist es doch zugleich, wenn man einmal annimmt, eine Tier... Oh Gott, Tiergattung. Tiergattung soll Vernunft haben, und als Klasse vernünftiger Wesen, die insgesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Vollständigkeit der Entwicklung ihrer Anlagen gelangen. Also die Übersetzung ist zum Teil so behindert, dass man als Deutscher überhaupt nicht versteht, was wollen die jetzt von einem. Aber das ist cool, ja. Das ist echt cool. So. Alles klar. So. Große Treppen, kleine Treppen. Ja, gut, da ist ein Ventilator, das ist klar. Hier haben wir so einen Teil, und da haben wir... Und hier haben wir einen Ventilator. Okay. Und hier haben wir wieder ein Rad erbitten. Zeugs. Teil. Da haben wir das, was wir wollen. Hier haben wir eine blaue Quelle, und hier haben wir... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir... Wir brauchen irgendein... Irgendein, äh... Block. Okay. What the fuck? Hier ist aber nirgendwo irgendwas, womit ich was machen kann, oder? Hä? Hm. Entweder ich bin grad mega behindert und nur übersehe was. Aha. Da oben haben wir einen Connector, das heißt, da muss man... Müssen wir irgendwie hoch. Moment. Noch irgendwo ein Ventilator gewesen? Ja, hier. Na super, was bringt mir das jetzt? Das bringt mir gar nichts. Hä? Hä? Äh. Erstmal kann ich hier ja die Blöcke rausholen mit dem Ding. Ne, damit kann ich das noch nicht machen. Aber jetzt kann ich wenigstens äh, ja, ups Moment, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. So, ist es schlauer. Dann können wir nämlich hier oben diesen Block hinsetzen und können hier was bringt mir das, wenn ich da hoch Ich verstehe das einfach nicht, warum was mir das jetzt bringen soll, wenn ich da wenn ich da jetzt hier was machen kann. Das verstehe ich jetzt einfach nicht. Naja. Das ist ein komisches Rätsel. Und hier ist einfach mal nichts. What the fuck? Einfach mal nichts hinter so einer Wand. Warum? What the hell? Was ist mit diesem Rätsel los? Ja, gut. Vielleicht war es doch eher geplant, dass ich da noch den zweiten Block holen kann. hm. 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 Okay, jetzt habe ich hier noch einen weiteren Block. Was kann ich dann machen? Tja, Alter, mir fehlt hier voll die Orientierung ohne Spaß. Tja, Alter, mir fehlt hier. Tja, 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 Tja. Boah, das ist echt ein voll komisches Rätsel, ey, ohne Spaß. So, jetzt haben wir hier noch einen dritten Block. Was ich jetzt mit diesem dritten Block anfangen soll, weiß ich auch nicht. Moment, das ist doch Treppe. Dann muss ich mir... Dann muss ich mir da eine Treppe drüber bauen, oder? Möglicherweise... Möglicherweise... Okay. Dafür brauche ich aber den... Anderen Block noch. Hm. Die gute Frage ist halt... Wo haben wir noch einen zweiten Connector? Den brauche ich nämlich jetzt. Hm. Ein zoter Connector. Hm. 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 Das war's für heute. hmmm tschia ffff what the fuck ich bin gerade ein bisschen sprachlos ich weiß nicht was ich machen soll ohne einen weiteren connector bin ich bin ich bin ich das nähe nicht machbar oder vielleicht doch so Okay.